Während die Architektur des Kölner Domchores in ihrem Inneren viel an ihrer ursprünglichen leuchtenden Farbigkeit verloren hat, hat sich die Farbigkeit der Fenster im Obergarten bis heute bewahrt. Entstanden sind sie um 1300 und zeigen insgesamt 48 Königsfiguren, immer wechselnd einen älteren, bärtigen König und einen jugendlichen, bartlosen König. Sie stehen in farbigen Architekturbaldachinen, die die gotische Architektur des Domchores wieder in sich aufnehmen. Unter ihnen sind Wappen der Familien, die die Fenster gestiftet haben, aber auch der Stadt Köln und des Kölner Domkapitels. Oberhalb der Baldachine, oberhalb der Königsfiguren, ist in einer etwas zurückhaltenden Farbigkeit ein Flechtbandmuster dargestellt, während oben im Koronnement, im Maßwerk der Fenster, Muster in einer ähnlich kräftigen Farbigkeit zu finden sind, die auch die Baldachine und die Figurendarstellungen im unteren Bereich der Fenster zeigen. Der Höhepunkt der Fenster ist allerdings das Fenster in der Achse. Es ist in voller Höhe in starker Farbigkeit gehalten und in voller Höhe mit figürlichen Darstellungen ausgestattet. Im unteren Bereich über dem Wappen des Domkapitels ist die Anbetung des Christuskindes durch die heiligen drei Könige dargestellt, darüber Propheten und Vorfahren Christi. Amen. 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 Amen.